schon anfangen? warte, warte also 3, 2, 1, go hi und herzlich willkommen zurück zu let's battle mit dem Mundfaller Chips ich weiß auch nicht, seit der aufnahme aber skelett, skelett, oh fuck nicht sterben komm runter, komm hier rein, komm hier rein ich habe ihn, ich habe ihn getötet jetzt habe ich aber nur noch 4,5 Herzen und du rackst nicht, ne? ja natürlich ich esse mal kurz deswegen habe ich dir schon tausendmal gesagt du sollst dein Fressen immer voll essen versuch das bitte immer voll zu halten also so voll es geht, okay? ja, aber ich kann ja mit dem Zombiefleisch nicht racken doch, wenn du das voll kriegst, deine Essensleiste ja, aber nicht mit vergiftet doch das meinte ich, echt? du musst nur, das geht nur nach dem Hungerspiken wenn du den Hungerspiken voll hast hast du den Hungerspiken voll sag mir das doch ich habe dir tausendmal gesagt, du sollst die scheißleiste voll kriegen ja, aber ich dachte mit normalem Fleisch jetzt weiß ich das auch oh, wir sind am Ende angekommen hier ist dieser Endstein oder wie das heißt also tiefer geht's nicht oh ne scheiß, ich kollabiere meine Fresse, hier muss doch irgendwo in Gottes Namen muss doch irgendwo ein Diamanten sein tja ich würde auch gerne welche finden, aber Minecraft sagt nein Minecraft sagt nein oh yeah oh oh ökugaka binne Schnäppchenjägerin was ist eigentlich los mit dir heute? bist du ein Bienenland oder was? nein, ich kann fahren nochmal ja, ich kann jetzt nur noch mit der Eisenspitzhacke abbauen mach dir doch eine Steinspitzhacke ja wie denn, ich habe doch keine Stacks ja warte kriegst du gleich von mir Brüdi, Brüdi denk doch mal ein bisschen mit ich bin ganz unten ich komme nicht weiter hier ist nichts mehr doch, Lava das ist unglaublich hm alles zugeworden ja, Redstone Kohle das ist unglaublich das ist, kann doch nicht sein dass hier nirgendwo irgendetwas ist ich habe den kompletten See jetzt dicht gemacht und selbst da drunter ist nichts hm rein gar nichts nicht ein Diamant nicht ein Penis nicht ein gar nichts ja das ist halt das ist halt der Pech das das Teams Topratoffel Topratoffel ist unlucky as fuck ja kotzt mich ganz schön an ja, mich auch weil ich meine das kann doch nicht so schwer sein so scheiß Diamanten zu finden ohne Witz, Alter ja, vor allem wenn du überlegst wie schnell die anderen Diamanten hatten das war ja nicht mehr normal ja, Domse cheatet doch eh wir müssen nach oben ich habe nur noch vier Hungerspalten äh, vier Hungerspalten ja, ich habe nur noch sechs ja, wir müssen hoch ja, dann lass uns hochgehen das ist nicht hier ist nichts obwohl das Eisen hier nehme ich mit verpiss dich verpiss du dich Dichser ja, weil es dunkel ist so, komm mit hoch hier zack nicht ins Wasser, Alter wir wollen da hin gut OpenG ich habe die ganze Zeit nicht einmal diesen Error gehabt ne und auf einmal muss er mir sagen das ist schon ein Scheiß OpenGL Error ist das dein Ernst? ich meine das kann man jetzt nicht sein, oder? oh, ich gehe auf Gomme da war da hinten jemand bin mir gerade nicht sicher wo? direkt gerade aus könnte natürlich auch nur ein Vieh gewesen sein, aber so hast du den Namen gesehen? ne, das nicht aber das war ja auch hinterm Stein so, malsch hä? ich kann doch nicht hier reingekommen sein never wer weiß vielleicht dachten sie sich wohl geil, ne Höhle okay, hier geht es auch nirgends so hoch da oben könnte man sein das wäre voll die geile Position da oben, Alter von da oben zu schießen na eben nein auf der Ende, jetzt habe ich diesen Error ja egal wir müssen jetzt Digger Schuh geschossen? ne Brudi mein Gesicht war zwar wieder ausdruckslos, aber ich habe mich erschrocken komm hin hoch meine Güte schieß doch nicht mit einer Waffe auf den Zombie beheb doch die Muni ich habe mich erschrocken ich wollte Linksklick machen also zum Rauszoomen Creeper warte, warte, weg, weg, weg nein 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 sehr gut gut läuft ja das ist ein Zecha nichts, das wissen wir ja ja hmmm Creeper ich baue ihm mal einen Weg, damit er uns besuchen kommen kann oh, Skelett auch noch wo ist denn? der Creeper ist runtergefallen das Skelett nicht ok, ich baue mich hier oben hoch, das ist mir zu blöd ohne Scheiß ist es doch oh hallo was denn? hallo, anderes Stockwerk ja, 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 genau ich habe noch zwei Hungerspiken ich sterbe gleich die sind gar nicht so blöd wie sie aussehen fuck töte den ich habe keinen ich kann nicht mehr sprinten ich kann gar nichts oh, leck mir im Arsch alter sind das viel alter das ist wieder hier diese oh Gott alter Alex nein 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 ok Gott, ich wäre gerade fast abgestürzt oh, Alex ok ich habe drei Hungersbalken und vier leben komm mit komm mit ist mir scheißegal, wir bauen uns jetzt hier hoch ticker wir dürfen nicht sterben ohne Witz, alter ist doch nicht mehr witzig hast du Fackeln? achso, ja erst mal eine danke bitte ich dachte, was macht der da, auf was wartet der? oh wir brauchen was zu essen, wir müssen gleich jetzt alles das aller aller allererste, was wir machen, wenn wir gleich oben sind, essen und ich hoffe, es ist Tag, es ist 432, das heißt oben werden auch Monster sein wir werden uns erstmal in die Basis chillen und alles checken, was wir haben, ne? mhm warte wenn die anderen nicht da sind wow achso, ich dachte gerade ich wäre oben ok, wir sind oben gleich ja ne, ich habe dir nur eine Fackel hingebaschelt ok, jetzt guck, ob du irgendwelche Namen siehst oder so ja, ich sneak mich auch hoch aber ich habe echt Panik, es regnet auch Fackel sehr geil achso, ihr habt neunt wenn wir oben sind, baue ich das Loch relativ schnell wieder zu, ne? mhm Digger, wie hoch du musst sagen, wie tief oh ich will keinen Waypoint setzen ja, das machst du gut ok, ich bin oben ok, Dominik ist raus, komm, hoch ok ok schnell zum, obwohl, die Zombies nehme ich mit ja, mach du das, ich gehe schon mal heim, ja? ja, ich brauche nur dieses, ich brauche halt nur ein bisschen Fleisch oder Rotten Flash der eine schwimmt hier hinterher hm, ich sehe es so, noch mehr äh, Dominik hat jetzt auch den, den OpenGL Error hat er ja eben gesagt mhm so komm, hoch da jo und scheiß, wenn die in der Basis gecampt hätten von uns, ne? da muss ich noch alles da ja ja, ich habe auch alles Wichtige weggepackt so, das Eisen brennt jetzt erstmal so oh, tatsächlich mhm cooler Shit so, ähm, haben wir irgendwas zu essen da drin? ja, ich habe Pilze, falls du geguckt hast, wie in den Pilz zu begeht bei mir hast du rote und, äh, Dingenspilze rote und Dingenspilze? wir brauchen rote und braune Pilze mhm, ne, die heißen bei mir nur Pilz aber der Spraun guck einfach, wie sie aussehen ja, der Spraun, habe ich doch gerade gesagt, Mann meine Fresse, Alter Wichser lapis lazuli brauchen wir, okay, das Dingens brennt mein Bizeps brennt wie der Advent ja, warte mal, dann kann ich ja noch hier, warte das auch noch mit reinpacken ja, warte, ich hole jetzt ein paar Sachen aus der Dingenskiste und dann machen wir uns neue Wachenkissen und dann gucken wir mal, wie wir das dann kriegen äh, wie teile ich nochmal? so, jawohl gut ich komme mal runter, wa? ich habe die Kiste komplett ausgeräumt, so, komm mit ne, lass hochgehen, lass hochgehen, lass hochgehen irgendwie sind bei uns, wo wir diesen Baum ausgesucht haben extrem wenig andere Bäume so egal ähm wir müssen einfach noch ein paar Folgen überleben also mein Ziel ist so, bis 20 zu kommen so, ich packe jetzt mal alles weg so, jetzt gucke ich mal ganz kurz wegen der Waffenkiste so, ähm, die britische Waffenkiste geht ähm, so, wir müssen so und so machen und dann, ich brauche lapis lazuli okay, kannst du mir das zuwerfen sodass ich es direkt auffangen und ich nicht raus muss oder ich mach die amerikanische zuerst ja ja, ich will nur, ich will nur richtig hinstehen hier, da, 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 da das reicht, das reicht, das reicht, das reicht so, jetzt haben wir die amerikanische Waffenkiste und die britische geht so boah, zwei Hungersbalken nur noch, Digga so, okay Stan, Webley, Pyatt, Bofors, Wildsbomb wir haben eine Granate auf jeden Fall die kostet zwei Schießpulver und vier Eisen und wo ist die Thompson? ach, die gibt's ja gar nicht bei uns okay ach, jetzt haben wir alle Waffenboxen, oder? ja, die, doch, da ist die Thompson die ist günstig und, äh, bringt viel okay, der Zombie, der läuft irgendwo hin weißt aber nicht, ob er ne, der schwimmt da fröhlich vor sich her jetzt rennt er zu uns okay, gut der rennt hier nur rum obwohl das ist ganz gut, wenn er da unten rumrennt dann sehen wir, ob irgendwer kommt ja, ich erst mal hier das Rottenfly ich kauf mir mal ne, ich kauf mir die Thompson, ne? ja, mach das ich hab die Thompson, so, jetzt brauch ich noch ich mach mir noch zwei, ähm, Magazine für die, okay? mhm okay übertragt zu sein ist halt voll Stier mittlerweile geil, so, jetzt haben wir die Thompson jetzt hab ich die Thompson mit zwei Magazinen das ist die Thompson, okay auch einfach nur so, okay und das ist alles klar die Waffe so wo haben wir ne Bazooka aber die sollten uns ja auch noch machen Panzerfaustinger ja fünf Eisen also wir brauchen sieben, acht Eisen und zweimal Feuerstein heißt ich das glaube oder Schwarzpulver, ich weiß es nicht Schwarzpulver bei dem Texture Pack keine Ahnung wir brauchen warte mal, wo, welche Waffe willst du haben? die Panzerfaust, oder? ich weiß nicht die Panzerfaust, das ist, ähm, das ist, äh, drei Eisen und zwei Schießpulver die würde ich mir auch machen aber wir haben keinen Schießpulver Eisen haben wir jetzt erstmal genug ähm, Oakwood haben wir auch noch genug das, äh, Oakwood behalte ich den Seed, den schmeiß ich mal, den kotze ich mal aus, so Gold habe ich noch ich habe noch, ähm, Strings und einen Bogen für dich ähm, die Schere habe ich noch die Magazine behalte ich im Inventar hier ist noch Werkzeug Emeralds brauchen wir eigentlich nicht Pfeile sind auch hier die lege ich auch rein die kannst du dir ja wegnehmen Kohle ist hier Kohle für dich Dreck für dich Dreck ein paar Stacks werden mal nicht schlecht, glaubst so, zack, ein bisschen Holz wir haben ganz viel Spruce Wood das nimm mal immer mit so für unterwegs hier ist Bone Meal ein Stick habe ich noch ich muss mal ganz kurz alles sortieren, was ich hier habe so, jetzt haben wir die Thompson so, okay wir haben jetzt zwei gute Waffen dann fehlt uns nur noch die Panzerfaust den Inksack können wir auch wegpacken und die Blume kann weg so gut, also die Panzerfaust nimmt ich nehme dann die zwei ich nehme die MP und die Thompson und du die Panzerfaust ich nehme die MP und die Thompson und du die Panzerfaust ist das ein Deal? jodisch ein Deal okay gut dafür kann ich leben ähm ich glaube die japanische Waffenbox also wir haben relativ gute Waffenboxen und ich würde sagen wir packen die auch immer weg wenn wir weggehen ich würde die auch immer in die geheime Kiste packen um echt zu sein die Waffenboxen ja man können wir ja ähm okay soll ich es abbauen? ne ne ne, wir gehen ja noch nicht achso, ich dachte du wolltest jetzt los irgendwie ne, ich will das Eisen abwarten du kannst ja schon mal runter gehen und ein bisschen Ausschau halten aber sei vorsichtig ne? ja ja dein Arsch geht die ganze Zeit gegen die Leiter ich guck nochmal ob irgendwas wichtiges oben ist das nehme ich, das kommt alles nachher weg ähm, die Kohle würde ich auch mitnehmen und die kommt auch weg nachher was mich halt ein bisschen nervt dass es hier kaum so Tiere zum Essen hat ja das hat Domse ja auch schon gesagt gehabt das ist extrem nervt du wolltest du nicht einen Bogen? ah ne du hattest ja noch einen ne? ich hab sogar zwei jetzt ok folgenendlich komm hoch jo ich komm runter was bist du bescheuert? ich würde sagen ja bis zum nächsten Mal wenn du es wieder hattest äh oh Essen suchen und dann haben wir ficken dann haben wir ficken die Gegners Gegners ficken hart bis zum nächsten Mal tüdelü meine Freunde tüdelü